Die Schwangerschaft und die Geburt eines Kindes ist für alle Mütter und auch die Väter eine psychische Herausforderung. Für psychisch sensible oder belastete Eltern ist daher das Risiko, psychisch zu erkranken, erhöht. Dies gilt vor allem für die Mütter. Wenn eine solche psychische Störung die Beziehung zum Kind anhalten beeinträchtigt, dann kann eine Mutter-Kind-Behandlung indiziert sein. Der Vater wird in die Behandlung mit einbezogen. Unser Therapieangebot ist ausgerichtet auf Mütter, die nach der Geburt ihres Kindes psychische Erkrankungen entwickeln. Hierzu zählen Depressionen, Angst- und Zwangsstörungen, psychotische Störungen und Persönlichkeitsstörungen, wie zum Beispiel emotional instabile Persönlichkeitsstörungen. Die Kinder, die an der Therapie teilnehmen, sind bis zu zwei Jahren alt. Die Mutter-Vater-Kind-Therapie findet im stationären Setting statt. In einem Vorgespräch, zu dem sich die Eltern mit ihrem Kind telefonisch anmelden können, wird gemeinsam mit den Eltern die Aufnahmeindikation und das Therapieprogramm besprochen. Das Therapieprogramm besteht aus verschiedenen Modulen. Die Mütter-Väter-Gruppe, die videogestützte Psychotherapie und die therapeutische Arbeit mit dem Vater oder Angehörigen sowohl in einer Gruppe als auch in Paargesprächen. Zusätzlich werden Ergotherapie und Bewegungstherapie, wie zum Beispiel ein achtsamer Spaziergang und Gymnastik gemeinsam mit dem Kind angeboten. Für Betreuung und Versorgung des Kindes sind die Mütter bzw. Väter selbstverantwortlich. Jedoch werden sie unterstützt durch das Pflegeteam, das für Fragen und Beratung zur Verfügung steht. Zu festgelegten Zeiten, zweimal die Woche, haben die Eltern eine Auszeit. Sie haben Zeit für sich. Auch die Kontakte zwischen den Müttern und ihren Kindern oder den Vätern, zum Beispiel bei den gemeinsamen Mahlzeiten, werden gepflegt und bieten Anregungen für psychotherapeutische Einzelgespräche. Ein weiterer Schwerpunkt ist die störungsspezifische psychiatrische, pharmakologische und psychotherapeutische Behandlung des stationär aufgenommenen Elternteils unter oberärztlicher Supervision. Die Inhalte dieser unterschiedlichen therapeutischen Interventionen orientieren sich an den folgenden Therapiezielen. Besserung der psychischen Gesundheit der Mutter bzw. des Vaters einschließlich einer Rezidivprophylaxe. Akzeptanz der Mutterrolle und Akzeptanz der Vaterrolle. Die Förderung der mütterlichen bzw. väterlichen Kompetenzen, um dadurch die Mutter Vater-Kind-Beziehung zu stabilisieren und um dadurch Belastungen für das Kind zu reduzieren, die zu einer emotionalen Entwicklungsstörung hätten führen können. Wie eine begleitende wissenschaftliche Untersuchung gezeigt hat, war nach einer sechs- bis achtwöchigen Therapiedauer ein guter Behandlungserfolg nachweisbar. Um diesen Erfolg zu erhalten, ist die Anbindung an eine ambulante Therapie, die diese Therapieziele ebenfalls im Blick hat, wünschenswert. Die peripatale Spezialambulanz in der hiesigen Klinik ist darauf ausgerichtet.